Die 54. Auflage der ADMV Rallye Erzgebirge findet wie geplant am 1. April 2017 statt. Das hat der Vorstand des veranstaltenden Chemnitzer AMC am Montagabend entschieden. In einer Pressemitteilung schreibt Danny Michel, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, der Teilnehmerstand von derzeit 77 Anmeldungen für die ADMV Rallye Erzgebirge und angeschlossener Historic-Veranstaltung lässt uns als Veranstalter aufatmen. Wir können die 54. Erze austragen. Noch vor einer Woche hatte der Veranstalter gemeldet, dass die diesjährige Auflage auf der Kippe steht. Denn der Nennungsstand Anfang März mit nur 23 Anmeldungen hätte eine Durchführung der Rallye unmöglich gemacht. Bereits durch die Behörden genehmigt sind die drei Streckenführungen in Oberdorf, Grünhain und Gehlenau. Der Ehrenstart fällt am 1. April 2017 auf dem Stolberger Marktplatz. Danach gilt es zweimal, die Wertungsprüfungen über rund 70 Kilometer im Erzgebirge zu bewältigen. Infos zur Veranstaltung finden Sie unter der eingeblendeten Adresse im Internet und bei Facebook. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020